Ein wunderschöner Bub, der ist hier zusammen mit seiner Mama, die ist da vorne, während der Kastrationsaktion von der Animal Police eingefangen worden, in Schelter gebracht worden und hier gelassen worden. Er ist von diesem Jahr, Zähne sind sehr schön und sein Gebiss ist fertig. Hatten wir schon nachgeguckt. Ansonsten ist er welpentypisch. Du kannst mir einmal dein Licht zeigen. Es ist ein Bub und jetzt kannst du ihn gerne absetzen. Ja, da geht die Route. Das ist ein ganz freundlicher Kerl. Ja, kannst du ihn ruhig laufen lassen. Ja, da mal gucken gehen. Da möchtest du mal gucken gehen. Und jetzt zur Mama. Das ist die wunderschöne Mama. Ja. 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 Ja.